Mit dem Konzept der virtuellen Realität kann man die Paradoxa erklären, die sowohl der Relativitätstheorie als auch der Quantentheorie zugrunde liegen. Die Relativitätstheorie ist am einfachsten. Dort lautet die zentrale Frage, warum die Lichtgeschwindigkeit c eine Konstante sein sollte. Und die Antwort darauf lautet, in einer virtuellen Realität müssen sie ein Delta t haben, das ein Quantum Zeit ist, und ein Delta x, das ein Quantum Entfernung ist. Eigentlich hat man in einer virtuellen 3D-Realität ein Volumenquantum, aber das lässt sich dann auf ein Entfernungsquantum reduzieren. Und diese beiden Quanten definieren die obere Geschwindigkeitsbegrenzung für diese virtuelle Realität. Mit anderen Worten, nichts kann sich schneller bewegen als ein Delta x pro Delta t, wenn es sich um eine zusammenhängende Bewegung von einem Pixel zum nächsten handeln soll. Das ist dann die obere Geschwindigkeitsbegrenzung. Nichts kann diese Grenze überschreiten, ohne zu teleportieren, d.h. über Pixel zu springen. Das ist also ganz einfach zu verstehen. In allen virtuellen Realitäten gibt es Geschwindigkeitsobergrenzen für Dinge, die sich bewegen können. Selbst unsere Virtual Reality Spiele haben Geschwindigkeitsobergrenzen, die auf den Delta x und Delta t Werten der Auflösung des Spiels basieren. Okay. Nun, bei der Quantenphysik war es etwas schwieriger, aber eine virtuelle Realität muss, um funktional und berechenbar zu sein, eine probabilistische, eine wahrscheinlichkeitstheoretische Top-Down-Simulation sein, damit es nicht unmöglich ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist der einzige Ansatz, der es möglich macht, dies zu tun. Wenn Sie also eine probabilistische Top-Down-Simulation haben, dann tendiert alles, sämtliche Materie, alle Interaktionen dazu, in Form von Wahrscheinlichkeiten beschrieben zu werden. Zumindest alle Makrointeraktionen und sogar viele der Mikrointeraktionen werden durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben. Das verrät uns also, warum ein Teilchen am besten mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben werden kann. Denn in einer virtuellen Realität, einem probabilistischen Modell von oben nach unten, Top-Down, ist es das, woraus es besteht. Das ist es, woraus alle unsere Interaktionen bestehen. Die Wahrscheinlichkeit ist das Instrument, mit dem Veränderung definiert wird. Mit dem definiert wird, wie Dinge interagieren, wie Dinge miteinander verbunden sind. Es ist also nur natürlich, dass Teilchen als Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben werden sollten. Und das ist die zentrale Idee, die der Quantenmechanik zugrunde liegt. Die Quantenmechanik zugrunde liegt. Das ist die Zertagierung. Das ist die Zertagierung.